Hallo und ein herzliches Willkommen an der Seite, mein Name ist wieder mal Noah und ja heute spielen wir mit dem Minecraft Skyboard Wir spielen wieder mal mit dem MLG-Kid, weil wir immer noch Dr.Gurke eliminieren müssen Auf jeden Fall, ja, müssen wir jetzt Dr.Gurke töten, wie wir das am besten machen, richtig mit einem epischen MLG Wir müssen erstmal 8 schmackhafte TNTs hier planen Komm her du Schurke Ja, bam Du böser Schurke Nein, du Bastard Dr.Gurke hat uns einfach das MLG-Kid verhackst Was müssen wir dafür machen? Richtig, aus dem MLG-Kid rausgehen und das Creeper-Kid auswählen Soll ich da auch nicht früher gekommen bin Mit der Kraft des Creepers werden wir jetzt den MLG schaffen Ich beschwöre dich, dass ich diesen MLG jetzt schaffe In Not habe ich noch eine herrliche Ender Perlige Ender Hat geklappt Ach du Scheiße Die müssen wir nicht Oh, du Bastard Oh, Creeper Ehre Du Schurke Geh weg du Schurke Du blöder Bastard No Joke Leute Der Shaders für Hexe müssen die Kraft des Shaders deaktivieren Kein Shader mehr drinne? Mehr Skill Mann Geh weg du Schurke Bau dich da hin Wir werden dich jetzt wegsprengen Geh weg du Schurke Wir müssen nämlich einen MLG machen Wir haben eine Mission Geh weg Oh fuck Ok Leute, das ist jetzt los Ich verstehe es nicht Mann, was ist denn mit uns los? Meine KD geht immer weiter runter So Leute Wir müssen fucking Dr. Gucke endlich mal exekutieren Sowas kannst du doch nicht geben, Alter Oder wir müssen Dr. Gucke in einem epischen Bossfight herausfordern Wenn wir in der Runde einen epischen MLG machen Und ihn auch schaffen, wenn wir Dr. Gucke bei einem epischen Bossfight herausfordern Weil dann haben wir genug Kraft des MLGs Um ihn wahrscheinlich zu explodieren Hopp! Wuuuuh! Oh, wir schaffen ja nicht das Top-Gram Weil wir haben nicht die Kraft des MLGs Komm her! Wuuuuh! Richtig! Wuuuuh! Get trolled! Oh nein! Du bist doch wieder so gut! Oh Mann! Was ist mit denen? Wir müssen Dr. Gucke zu einem epischen Bossfight herausfordern Dr. Gucke! Ich fordere sie nun heraus Einen epischen Bossfight mit mir zu machen Ohne treten, schlagen und kneifen Hahahaha! Du denkst das wird schwer Ich klatsch dich einfach weg Du Noob xD-Roffel Ich beschwöre die drei heiligen Illuminaten Dreiecke Dr. Tomate Und Angela Merkel Ich beschwöre die vier Heiligen Morin Donald Trump Und die heilige Kraft des Green by MLG Round one Fight! Finish him! FATALITY! 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 HAPPALITY! Wir sehen uns bei der Herber Trommel Trommel Let's rock your feet 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3